Herzlich Willkommen zum heutigen Video, das sich dem Tabuthema psychische Erkrankungen widmet. Leider sind psychische Erkrankungen noch immer stigmatisiert und der Aufklärungsbedarf oft hoch. Nicht selten geistern Vorstellungen herum, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Und nicht zu vergessen, die bestehenden Vorurteile. Die gibt es leider immer noch und die sind nicht gerade klein. Dabei sind psychische Erkrankungen keine Seltenheit. Im Laufe des Lebens erleiden ca. 25% der Menschen eine klinisch relevante psychische Erkrankung. Und das ist extrem viel. In diesem Video wollen wir deswegen versuchen, das Thema zu entabuisieren, indem wir darüber sprechen, was es bedeutet, mit einer psychischen Erkrankung zu leben, welche Arten von Erkrankungen überhaupt existieren und wie man letztlich damit umgehen kann. Wir wollen euch aber auch ein paar Tipps geben, wie ihr Freunden oder Kolleginnen oder auch als Lehrende oder Lehrende Studierende unterstützen könnt, die in einer psychischen Erkrankung leiden. Zu allererst einmal muss man sagen, dass es kein Patenzrezept für den Umgang mit Betroffenen gibt. Die Erscheinungsformen der verschiedenen psychischen Erkrankungen sind so individuell wie die Menschen selbst. In diesem Video wollen wir die am häufigsten im Universitätssetting auftretenden psychischen Erkrankungen, nämlich Depressionen und Burnout, Angststörungen und psychosomatische Erkrankungen, thematisieren und behandeln. Aber zu allererst sollten wir klären, was ist eine psychische Erkrankung überhaupt? Oder besser gesagt, ab wann spricht man von einer? Hier zwei Merkmale, die jede psychische Erkrankung kennzeichnet, die euch merken könnt. Erstens der Leidensdruck. Personen mit einer klinisch relevanten psychischen Erkrankung leiden sehr unter ihrer Erkrankung. Und das zweite Merkmal ist die Beeinträchtigung der Alltagsfähigkeit. Personen mit einer psychischen Erkrankung fällt es schwer, ihren Alltagsverpflichtungen nachzukommen. Wie stark diese Beeinträchtigung ist, kann je nach Erkrankung und Person unterschiedlich sein. Wichtig ist hierbei aber anzumerken, dass die betroffene Person auf die Beeinträchtigung der Alltagsfähigkeit keinen Einfluss hat. Schauen wir uns nun aber die einzelnen Erkrankungen näher an. Das ist Anna. Anna leidet seit zwei Jahren unter einer Depression, die genauso wie die Manie oder die bipolare Störung zu den affektiven Störungen zählt. Anna fällt es zunehmend schwerer, den Unialltag mit ihrer Depression zu bewältigen. Ihre Stimmung ist stark gedrückt, so dass sie sich kaum noch für Freizeitaktivitäten oder Treffen mit Freunden motivieren kann. Was sie früher aber immer gerne mochte. Auch Annas Freunden fällt auf, dass Anna sich kaum noch über Dinge freuen kann und sich immer mehr und mehr zurückzieht. Fast täglich klagt Anna über Kopf- und Bauchschmerzen. Sie fühlt sich ständig müde und schwach. Selbst die Erledigung kleinster Dinge überfordern sie. Zusätzlich kann sie sich auch noch kaum Dinge merken und sich schlecht konzentrieren, weshalb aktuelle Prüfungen kaum noch möglich sind. Dass Anna als junge Studentin an einer Depression erkrankt, ist nicht selten, da in der Regel doppelt so viele Frauen betroffen sind wie Männer. Wahrscheinlich spielen genetische Faktoren bei der Entstehung einer Depression eine Rolle, auch wenn die Ursachen meist sehr komplex sind. So können neben biologischen Ursachen wie der Genetik oder veränderten biochemisch-neurophysiologischen Vorgängen im Gehirn auch psychologisch oder soziale Faktoren wie z.B. belastende Lebensereignisse, Tod einer nahestehenden Person oder Trennung zur Entwicklung einer depressiven Episode beitragen. Eine weitere Erkrankung, die der Depression aber sehr ähnlich ist, ist das Burnout. Der Ursprung liegt oftmals in beruflichen, privaten oder persönlichen Belastungen und äußert sich unter anderem durch starke Erschöpfung, psychosformatische Beschwerden und verminderte Leistungsfähigkeit und endet nicht selten in einer Depression. Kommen wir nun zu Ayla. Gleich wie Anna leidet auch sie an einer psychischen Erkrankung, in ihrem Fall an einer Angststörung. Angststörungen zählen zu den am häufigsten auftretenden psychischen Erkrankungen. Wie auch bei der Depression sind Frauen doppelt so oft betroffen wie Männer. Zu den Angststörungen zählen verschiedene Arten und Formen, die ihr euch merken könnt, wie z.B. die Panikstörung, die Phobie, soziale Angst oder auch die generalisierte Angst. Ayla leidet unter einer Panikstörung. Sie erlebt nur durch bereits Alltagseinschränkungen und die Ängste scheinen immer stärker zu werden. Während ihrer Panikattacken kommt es zu körperbezogenen Befürchtungen wie Todesangst, Ersticken sowie ausgeprägten körperlichen Symptomen. So leidet sie während einer Panikattacke unter Schwindel, Beschleunigung zum Herzschlag, Schwitzen und Mundtrockenheit, Schmerzen, Zittern, Atemnot oder Übelkeit. Die Attacken treten oft unerwartet und ohne konkreten Auslöser auf. Ayla macht sich deshalb große Sorgen und vermeidet zunehmend Orte und Situationen, in denen sie schon eine Attacke erlebt hat. Auch wenn Ayla weiß, dass die Panikattacken nicht lebensbedrohlich sind und maximal 30 Minuten andauern, so fühlt sie sich währenddessen machtlos und ausgeliefert. Ihren Körper und ihr Verhalten nimmt sie als fremdgesteuert wahr, die Umwelt als unwirklich. Ähnliche Symptome lösen Phobien aus, nur dass es sich hier um eine Angst handelt, die auf bestimmte Objekte oder Situationen bezogen ist. Zum Beispiel Angst vor Dieren, Gegenständen, Blut, Höhe oder auch die Angst vor sozialen Situationen. Die Vermeidung ist letztlich ein typisches Verhalten von Personen mit einer Phobie. Anders als bei einer Phobie leiden die Betroffenen einer generalisierten Angststörung, so wie Fahid unter einer ständig anhaltenden Angst, die weder auf eine konkrete Situation noch auf einen konkreten Gegenstand bezogen ist. Seine Ängste beziehen sich dabei auf alles Mögliche und zeigen sich in Anspannung, Sorgen, Grübeln und Befürchtungen auf Alltägliches. So macht sich Fahid zum Beispiel darüber Sorgen, dass er morgen einen Schlaganfall bekommt. Im nächsten Moment drehen sich seine Befürchtungen darum, dass einem geliebten Menschen etwas zustößt. Die Ängste können dabei alles Mögliche beinhalten und schnell wechseln. Grundsätzlich ist bei allen Formen der Angststörung zu sagen, dass die Ursachen vielfältig sind. Neben einer genetischen Komponente kann ebenso ein gestörtes Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn eine Rolle spielen. Einen weiteren Faktor stellen psychische Einflüsse dar. So können sich traumatische Kindheitsereignisse, negative Erfahrungen sowie belastende Ereignisse, die über einen längeren Zeitraum stattfinden, auf die Entstehung einer Angststörung auswirken. So, und nun sind wir auch schon beim letzten Bereich bzw. bei der letzten psychischen Erkrankung angelangt, die wir euch gerne vorstellen möchten. Dazu schauen wir uns die Geschichte von Mario näher an. Mario ist Abteilungsleiter in einer großen Firma. Sein Joballtag ist voll mit Terminen, Besprechungen und stundenlanger Bildschirmarbeit. Überstunden sind vorprogrammiert. Grundsätzlich gefällt Mario sein Job, aber seit ein paar Wochen fühlt er sich körperlich nicht so gut. Er klackt über Kopfschmerzen und auch sein Bauch macht sich regelmäßig bemerkbar. Zusätzlich wird ihm in letzter Zeit oft schwindelig und all diese Beschwerden irritieren ihn. Da er sich deswegen Sorgen macht, hat Mario einen Arzt aufgesucht. Die Untersuchungen ergaben jedoch weder körperliche noch anatomische Ursachen für seine Beschwerden. So tappte Mario lange Zeit im Dunkeln, bis seine Hausärztin auf eine psychosomatische Erkrankung hinwies. Mario suchte daraufhin eine Psychotherapeutin auf, die herausfand, dass Mario eine Person ist, die Probleme, Belastungen oder Konflikte körperlich wahrzunehmen scheint und besorgt auf körperliche Signale reagiert. Hintergründe sind nicht selten akute oder psychische chronische Belastungen, die sich durch reale körperliche Beschwerden oder Symptome äußern. Wie bei den meisten psychischen Erkrankungen liegen auch bei den psychosomatischen Erkrankungen die Ursache in der Wechselwirkung genetischer, biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Deshalb sucht sich Mario auch Hilfe bei einem interdisziplinären Team aus einem Psychologin, einer Psychotherapeutin und einem Psychiater. Wie ihr anhand von Anna, Ayla, Farid und Mario gesehen habt, sind psychische Erkrankungen, deren Entstehung, Erscheinungsbild und Auswirkungen sehr verschieden. Wie wir bereits zu Beginn gesagt haben, gibt es kein Patentrezept für die Hilfe bei den verschiedenen Erkrankungen. Jeder Fall ist einzeln zu betrachten und die jeweiligen individuellen Einflüsse mitzubedenken. Aber wie kann man nun als Außenstehender helfen? Und vor allem, was wünschen sich die Betroffenen? Ganz wichtig und oberste Priorität ist, für die Betroffenen da zu sein, ihnen ein offenes Ohr zu schenken und ihre Sorgen und Leiden ernst zu nehmen. Sie brauchen zwar Unterstützung von anderen, um die Situation und ihre Probleme zu meistern, dabei sollte man aber behutsam vorgehen. Auf keinen Fall sollten die Betroffenen zu etwas gedrängt oder überredet werden. Man sollte versuchen, sie zu einer Therapie zu motivieren. Aber wie mache ich das? Man kann Informationen über die einzelnen psychischen Erkrankungen sammeln bzw. recherchieren, da die Betroffenen oftmals dazu nicht selbst in der Lage sind, weil ihnen oft schlichtweg die Energie dazu fehlt. Man kann auch bei der Suche nach einem oder einer geeigneten Therapeutin, Arzt oder Ärztin behilflich sein und eventuell bei der Terminvereinbarung behilflich sein. Alle eingetragenen Psychotherapeutinnen findet ihr unter diesem Link. Als Angehörige, Angehöriger und Freund, Freundin ist man mit einer durchaus belastenden und oftmals neuen Situation konfrontiert. Für sich selbst ist es erstmal wichtig zu akzeptieren, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Aber auch als helfende Person kann man sich Unterstützung suchen. Hierzu können verschiedenste Hilfsangebote und Beratungen in Anspruch genommen werden, sodass auch die Belastung für sich selbst nicht zu groß wird. Und nun sind wir auch schon am Ende mit unserem kleinen, aber hoffentlich hilfreichen Einblick in das Thema psychische Erkrankungen. Wir hoffen, dass ihr viele nützliche Informationen mitnehmen konntet und wir einen kleinen Schritt dazu beitragen konnten, das Thema sichtbarer zu machen und eventuell damit verbundene Heimschwellen abzubauen. Falls noch weitere Fragen habt oder genauere Informationen benötigt, könnt ihr euch gerne an uns die Servicestelle Barrierefrei Studieren wenden. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Bleibt gesund und schaut auf euch!